Im Frühsommer 2016 hat alles angefangen, in den Räumlichkeiten des Lifesign-Centers, hier in Düsseldorf am Meerowinger Platz, als kleine Zweigstelle der Cijin Korea. Ein gutes Jahr später, im November 2017, haben wir hier dann die Cijin Germany GmbH gegründet. Gestattet sind wir hier zu zweit. Herr Park hat im Büro die Stellung gehalten, während ich die Kunden besucht habe. In dieser Zeit haben wir die PCR-Tests noch selbst zur Post gebracht und verschickt. Das hat sich mittlerweile geändert. UPS liefert uns täglich. In der Zwischenzeit sind wir mittlerweile 20 Kolleginnen und Kollegen, die für Cijin Germany tätig sind. Die Technik hat mich überzeugt und der Firmengründer Dr. John selbst ebenfalls. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit und immer noch die treibende Kraft bei Cijin. Nach der Auslieferung der Geräte erfolgt eine persönliche Einarbeitung durch unsere Applikationsspezialisten. Ein automatisierter Prozessablauf auf einer Geräteplattform ist für alle Kunden sehr wichtig. Er führt zu Zeitersparnis und zu geringeren Fehlern. Mit der Cijin-eigenen Multiplex-PCR-Technologie sind wir weltweit führend in der Infektionsdiagnostik. Als der Kundenstamm kontinuierlich wuchs, haben wir unser Sales-Team gegründet und sukzessive erweitert. Zudem waren wir auf den ersten Kongressen und Messen als Cijin Germany präsent. Cijin Germany, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Für unsere Kunden zählt nicht nur die exzellente Technik, sondern auch der persönliche, authentische und ehrliche Kontakt. Anfangs haben wir bei Wartungen und Reparaturen noch auf Technikern aus dem Headquarter zurückgegriffen. Mittlerweile haben wir ein eigenes Technik-Team aufgebaut mit einer eigenen Werkstatt im Düsseldorfer Standort. So können wir schneller auf Kundenanfragen und Bedürfnisse reagieren. Zu einem reibungslosen Ablauf gehört auch eine kompetente Verwaltung vom Einkauf bis zur Rechnungsstellung. Waren wir am Anfang eine reine Vertriebsgesellschaft, haben wir erfolgreich in diesem Jahr eine eigene Produktentwicklung aufbauen können. So sind wir in der Lage, in Deutschland für die deutsche Kundschaft spezielle Essays zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Durch unser eigenes A&D-Labor sind wir jetzt in der Lage, PCR-Tests selbstständig zu entwickeln, zu validieren und zur Marktreife zu bringen. Am Ende jedes Prozesses steht ein CE-IWD markierter Multiplex-PCR-Test. Neben der eigenen Produktentwicklung haben wir auch eine eigene Marketingabteilung aufgebaut, die jetzt in der Lage ist, unsere Produkte in den deutschen als auch im europäischen Markt besser zu kommunizieren. Das Jahr 2020 ist bei uns rasant gestartet. Durch die Corona-Pandemie sind wir maximal belastet, aber auch beschäftigt gewesen. Schließlich hat CIGIN als erste Firma weltweit einen CE-IWD markierten PCR-Test für die Corona-Diagnostik auf den Markt gebracht. Bei uns kamen LKW-Ladungen voller Geräte, Extraktionskits, PCR-Tests und Verbrauchsmaterialien an, die wir dann alle kommissioniert und an unsere Kunden versandt haben. Alle Kolleginnen und Kollegen bei CIGIN Germany haben alles gegeben, damit unsere Kunden, die in ihren Laboren unter Hochdruck an der Covid-Diagnostik gearbeitet haben, auch weiterhin mit Testmaterialien versorgt werden. Wir sind mittlerweile nicht nur in der Lage in Deutschland eigene Produktlinien zu entwickeln und zu vertreiben. Nein, wir planen auch für das nächste Jahr eine eigene Produktion aufzubauen und in Düsseldorf zu etablieren. Wir entwickeln den Standort in Düsseldorf für CIGIN zu einer europäischen Schaltzentrale. Unser aktuelles Team wächst und wächst weiter. Heute möchten wir zuerst einmal allen Danke sagen. Allen Kooperationspartnern, Kunden und Wegbegleiter, also Ihnen, die diesen Erfolg ermöglicht haben und mit uns zusammen die letzten Jahre erfolgreich gestaltet haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.